Oh, Christoph, fährt den LKW. Mit dabei ganz viele Huren und Söhne und Schuss, die alle auf den Sack gehen wollen. Oh, das war nicht gut. Hä? Was? Ich hab mich schon dreimal überschlagen. Oh mein Gott. Oh, hallo. Ja genau, Alter! Wir haben hier alle andersrum. Oh, man muss hier umdrehen. Was soll das jetzt hier? Jetzt mach doch nicht so'n Scheiß. Was ist das jetzt, Alter? Oh, du Arschgeburt! Fick mich ins Knie! Was kann das nicht sein hier, Jay? Alter, what the fuck? Alter, ich bin der Mann hier in Komplik, ich hab Jay getödet. Alter, erste Kurbel, Junge, ich bin fast im Arsch. Ich war grad auch erst, weil jetzt bin ich 18. Ich hasse alle Fickseien. Ey, du bist immer noch vor mir. Ich bin tot gegangen in der Runde, ja? Ja, ich bin ja vor dir direkt. Fick dich! Fick dich! Fick dich! Ich muss doch gar nix! Du schreit, ey! Hey, wo muss ich denn hinfahren? Oh Gott, du mit dem Riesenteil, Alter. Da hat man halt Angst vor, Christian, wenn du mit deinem Ding da angewackelt kommst. Ja, aber... Oh. Nice, Bram. Oh. Was du? Stark! Dann wurde er mal eben weggefickt. Bram ist tot? Ja, der hat sich grad selber kaputt gemacht. Der ist auf volle Karacho da reingerast. Nee, mach doch sowas nicht. Volles Karacho da rein. Sag mal Bescheid, wenn einer lieft. Ähm... Kann ich dir nicht sagen? Bäh... Das sag ich dazu. Ah, hier auch? Richtig. Oh Gott, ich... Vielleicht mal den Schlag kann! Einmal überschlagen, bitte! Halt! Oh, oh! Oh, ich bin vor dem Ramm! Geil! Ich muss zurücksetzen. Scheiße. Oh, das sieht aber auch ungesund aus, wo Christian da ist. Aber wie le... Ich hab den einen gerade nur so gestriffen und der hat sich direkt mehrfach überschlagen. Das fand ich total... Das war vielleicht der Schwerpunkt bei dem Kacke oder so. Oh, ich seh endlich wieder Gegner! Alter, ich hab's halt geschafft, zwei Kurven zu farmen, bevor ich demoliert wurde, ne? Das ist so lächerlich. Alter, da hat jemand eine Endung gemacht. Nooo! Booms! 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 Booms, Junge! Miros Raff! Andere Richtung lenken! Oh, shit! Das war nicht gut. Ja. Na, guck mal, jetzt kurz. Hier ist doch. Hallo! Oh, Christian! Mach ihn weg! Jawoll! Den haben wir noch getroffen. Kani! Wes! Da geht's jedes Mal... War die Handbremse B, A oder X? Scheiße! B! Ja, ich glaub, jede Tasse. Nice, Christian! Hau weg, diese Hand! Oh, Leute! Ich muss ja links rum! Oh, shit! Hey! Yo, ey! Wir kämpfen uns hier vor! Boah! Schöner Move! Du siehst aus wie Optimus! Ich dachte, ich hätte mich doch mal zurücksetzen müssen, aber... Ich bin 10 da! Top 10! Easy! Oh, kacke! Das Problem ist, dass du so'n E-Truck hast! Der hat ja einen Müllmotor! Ich habe gerade mal zwei Kurven gemacht und der erste im Chat schreibt schon, Jay, dein Arsch gehört mir! Geil! Mega! Das erste Rennen war schon super! Dann freue ich mich jetzt, wenn ich auch noch den nächsten habe, der mir auf den Sack gehen muss! Dein Arsch gehört ja auch auf jeden Fall mir! Ja! Lebt Sepp noch? Ja, 79 Prozent! Ja, easy! Wie viele Runden ist denn die Strecke? Die ist lang! Oh nein! Jetzt kann ich hier keinen töten! Oh, dir geht das aber noch sehr gut, Sepp! Ja! Nachdem ich mich am Anfang fünfmal überschlagen habe... Aber du darfst dich nicht so überholen lassen, hier! Was ist denn das hier, Jimmy? Jimmy, du Knopf! Ich mach' jetzt! Wieso ist der so schnell? Ähm, Christian, dein linkes Vorderrad ist gerade beschädigt worden! Ja, mein rechtes ist das! Von mir aus links! Komm' mal, selbst weg! Jawoll! Was? Ja, Susa! Wir haben einfach nur stehenbleiben! Hau weg die Sau! Hau weg die Sau! Oh, jetzt ist er aber auch richtig schön weggeschoben! Da kommt einer rechts! Arschei heißt der! Mach' den weg, den Arschei! Genau, Arschei heißt der! Arschei! Mach' den weg, Woffen! Sepp hat so eine Axt auf dem Dach, wenn er dich weggeschoben ist! Ach so, ich hab' den E-Motor! Ja, deswegen hab' ich ja eben auch schon gesagt, du hörst den Truck nicht! Vielleicht ist dein Auspuff abgefallen, dann hörst du ihn nicht mehr! Ja! Müsste der dann nicht sogar lauter sein? Ja, wäre er! Aber vielleicht kriegt das Spiel das nicht auf die Kette! Was ist denn der Truck? Ich bin jetzt einer ohne... Oh nein, da hat er sich verbremst! Oh, den hätt' ich voll wegmachen können! Ey, wer ist denn da? Oh, den mach' mal! Komm her! Oh, Christian! Als wenn der gebremst hat, der Mixer! Wenn der gebremst hat, als wenn er das wusste! So'n Scheiß! Oh, der! Wenn der große LKW ankommt, dann hast du schon... Mein Schwach ist doch viel krasser! ...hast du schon Respekt! Ja, Bremsen dauern halt lange bei dem Ding, ey! Respekt! Shit! Runde 4 von 4! Das ist so leise, als will ich hier Ski fahren! Na, das stimmt! Oh, Sepp ist jetzt in der Runde 4! Ja, wenn ich Sepp so gucke, find ich die Wagen auch sehr leise! So, Sepp ist der mit der Axt auf dem Dach! Und hau' ihn weg mit der Axt auf dem Dach! Ja, die sind voll weit voneinander entfernt! Ja, die sind voll weit voneinander entfernt! Ja, das stimmt! Sepp ist auch, das ist auch gewesen! Aber Sepp, find ich hör's zumindest auf den Verbrenner! Oh nein! Jetzt darf ich nicht mal zu Ende fahren! Ja, das stimmt! Ja, das seh ich eben so! Schwach! Schwach von allen! Aber Wagen brauche ich ja gar nicht mehr! Geil! Boah, das ist schlecht! Richtig Erfahrung, ja! Haha! Coolen, you cunt! What? Chat ist immer das Beste! Was ist denn Coolen? So heißt da einer! Mullen und Knullen! Ach so! Ich dachte, Coolen ist irgend so'n hippes englisches Wort! Ja! Deswegen hat er da immer das englische Wort auch Kant genannt! Ja, Le Coolen! Emanuel! Coolen! Emanuel Coolen heißt der! Emanuel Coolen-Kant! Oh, der Pimmel ist wieder am Start! Das ist ja die Vornehammer! Oder die Stufmütze! Karnevalsmucke! Mütze! So, jetzt nehmen wir mal ein anderes Auto! Was nehmen wir denn den? Guck mal, Monkey D. Sepp, ey! Was ist das denn für cooler Ding? Ja, guck mal Jay! Du bist wieder... Alles wieder gut bei dir! Monkey D. Sepp nimmt sich doch mich vor! Jetzt hast du doch nicht bestimmt! Wieso habe ich den Big Rig, der den Wagen nicht gewechselt? Oh, richtig! So, nix Runde! Ich bin direkt wieder ganz vorne und erst! Wir bleiben da stehen! Wir bleiben da stehen! Ja, wir bleiben da stehen! Jawoll! Oh, Mann, ey! Garbom! Ja, komm, ey! Rein doch! Fahr einfach! Oh, ich hab's geschafft! Ja, ich hab's geschafft! Oh, was machst du denn? Oh, shit! Ich bin am Arsch! Oh, Jakob! Nee! Das war ja auch individueller Fahrzeug! Oh mein Gott! Da war nix individueller Fahrzeug da! Ja, natürlich! Du musst mal nix da rechts gehen! Kim! Kim! Und gegen Stein gefahren! Hallo, Peter! Na, was geht ab? Hallo, Jonathan! Was geht? Tschüss! Das war doch schon wieder scheiße! Was ist denn das hier für ne Strenge? Als wenn ich... Oh, lol! Ist der geflogen! Oh, Bram! Du warst da gedreht! Was war da los? Gott, Alter! Bram, warum hast du dich da gedreht? Oh, Jay! Bist du da gerade gegen einen Baum gefahren? Jo! Nein! Nein! Ich hab nochmal... Wenn in der Sekunde der Cut kam, dann hat man's nochmal gesehen! Okay, da vorne ist Peter Smits! Na, ich überhole hier gerade alle! Hallo! Das sind die zwei Lappen da! Die sollen nie so schnelle Autos, Alter! Ich will auch so ein schnelles Auto! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Okay, der eine hat schon mal eine gute Aktion gemacht! Das war Winschatten von Bram! Alter, das hat schon so sehr! Ja! Boah, Christian! Boah, Christian! Alter, du hast mir 48 Damage gemacht! Ich hab einen gekriegt! Ich hatte einen Damage damals! Alter, du hast mich so als Airback benutzt für die... Ich hab aber auch viel zu spät die Kurve gesehen! Ich hab ihn gefallen und... Bram, Peter! Wo fährst du lang? Ich hab Bram gerade so weggeballert! Ah ja, das ist okay! Ja, aber ich... Ich nehm ja gerne den Platz von euch ein! Ohne Spaß für uns Mützler! Haben auch gar nichts weg zu sagen! Hat einfach mit... Nee, aber dann hat nicht so viel... Dann hat nicht so viel... Dann hat nicht so viel Damage gemacht! Wieder mit Christian! Aber mein Auto lässt sich nicht mehr steuern! Also alles wie immer! Wer ist denn hier? Somowill! Was ist falsch für... Hier hat ein Reifen! Manchmal einfach! Könnt ihr mal euch alle verpissen? Aber da kam gerade ein... So ein gelber Reifen über die Straße gerollt! Oh, Peter! Wenn ich dich noch gekriegt, dann fick ich dich! Oh, was! Neee! Fuck, 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 fuck! Ja, vorne bist du! Oh, da liegt einer! Als ob! Neee! Mann! Ich war so gut! Wenn du jetzt in die Kurve rein hinter dir... Ist der... Oh, ich glaub auch zwei AP! Hier liegt scheiße auf der Straße! Katjes Lappi ist am Start hier! Oh! 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 Oh, shit! Nicht, dass ich irgendwie versucht habe, es nicht wegzuschießen! Neee! Der war unsichtbar dann plötzlich, den ich voll reinrennen wollte! Ja, der war unsichtbar! Ja, genau! Deine Mutter war auch unsichtbar, als ich hier reingerannt habe! Wer ist denn noch? Ja, ein AP noch! Riesig! Oh, Peter! Peter ist auch hier! Wir sind ja alle zusammen! What the fuck! Finde ich gut! Das kann ja nur schlecht für mich aber gehen! Neee! Kami! Sag mal Neder! Oh, oh! Ich weiß, was gleich passiert wird! Oh, oh! Ja! Ich werd gefickt! Oh, what the fuck! Was war das denn? Da kam nämlich noch wer anders rein! Oh, mit! Nice, Sepp! Oh, shit! Hau rein! Oh, man! Da bin ich so krass gekaddet! Oh, oh! Alles gut! Da geht noch was! Da geht noch was! Oh, Peter ist gegen Baum gefahren! Ja! Peter! Da lag so ne grüne Wurst am Straßenrand! Ich dachte, da wär Peter! Grüne Wurst passt auf jeden Fall! Das stimmt! Ja, das halt! Ey! Davon ist Peter! Jay hier hoppelt, ey! Als ob du an allen vorbeigefahren bist! Ich bin direkt an mir! Ich bin direkt! Jetzt immer noch! Jetzt nicht mehr! Immer noch hinter mir und Jay! Ah, nee! Jetzt nicht! Jetzt kam Cannabis oder so von hinten! Oh, Platz 4! Ist der Typ hier Treppchen? Cannabis-Kampf von hinten? Ja! Treppchen! Zweiter! Nicht drehen! Du mieses Stück! Drecks! Fehler! Jetzt hast du Fahrfehler! Jetzt hab ich dich! Du Arsch! Ich hab dich mal einen Fahrfehler gemacht! Meine Karre ist halt zu schwer! Nee! Cosi fahr dich! Warum? Oh, come! Gott! Nee, du Arsch! Du fickst mich doch jetzt weg! Ich komm nicht dran! Yes! Fah! 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 Gott, da kommt doch eine Limousine oder so! Nee! Jesus! Oh! Oh! Als wenn der einfach nicht vorbeigelassen hat! Der war schon so ein Ziel! Easy Game! Easy Game! Easy Game! Easy Game! Hat der dich noch gekriegt? Peter! Fahrerisch mal wieder komplett deklassiert! Peter, aber bist du mit Lappen! Sepp, du bist Zehnter! Du bist hinter mir! De-de-de-de-de! Oh! Juhu! Oh Mann! Ich war zwischendurch Zweiter und dann hat er mich gedreht! Oh! Sechster! Oh! Oh! Nicht noch überholen! Nein! Nein! Ach komm ey! Fick dich! Ach fick dich ey! Ach fick dich ey! Ach fick dich ey! Das ist ja wirklich schwach! Oh! Das ist Bram eigentlich! Den seh ich gar nicht auf dem ersten Mal! Bin gefickt worden von Christian Stachelhaus, alter! Bram Platz 18? Eine Kurve, Junge! Und er denkt sich, guck mal! Was machen wir jetzt mit dem am besten? Platz 18 ist aber halt auch wirklich nicht Peets mit Like, wenn sie an der Stelle sagen! Ja! Wärst du mir von Tal reingefahren wie Peter, hätte ich nur 13 Damage gekriegt! Ach du Kacke! Was ist das denn für eine Strecke? Das ist ein Eierstock! Das ist mit Looping? Das ist ein Eierstock! Das sieht ein bisschen aus wie ein Eierstock, ja! So ne, so ne... Stimmt Bram, das ist echt ein Eierstock! Klasse, oder? Ja! Gut erkannt! Dankeschön! Ready a pose! Hey! 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 Und die habt ihr so lange gebraucht, musste Jay noch die Glatze polieren! Ja fast nicht! Müsste seine Mutter noch befriedigen! Okay! Okay! Ja deshalb hat das so lange gedauert! Oh! Blitzscher für Christian! Oh Bram! Schau dich direkt drehen! Komm! Komm! Oh Gott! Das ist okay! Alter hier sind Sprünge! Oh was? Wo ist denn da oben rum? Oh was? Scheiße! Oh shit! Holy shit, Alter! Oh shit! What the fuck! Oh wow! Immer noch 100 Prozent! Als ob du noch 100 hast! Als ob du noch 100 hast! Immer noch 100! Jetzt gibt's ein Looping! Nein, seh es nicht an! Es gibt wirklich ein Looping? Ja! Du fährst die Looping! LOL! LOL! Okay wie awesome ist das mit! Und danach springst du weiter! Jetzt hab ich nur noch 51! Oh mein fuck! Oh mein Gott! Was ist das denn für eine crazy Strecke? Ich bin einfach mal zwischen dem Looping durchgefahren! Ja! Das zählt auch! Oh Autos! Sepp, geh mal weg da! Jetzt hab ich noch 18! Verpiss nicht, Alter! Welche Autos durch? AFK! Oh! Bram hat seinen Controller weggeworfen! Ich hab's genau gehört! Alles okay! Oh shit! Ob du schon tot bist jetzt, Bram! Du hast doch 100 HP! 100 HP, Bram! Was ist los? 100 HP! What the fuck! 100 HP, Bram! Wala wala wala! Ich glaub mein Blech hadert irgendwie auf dem Boden! Weiß es auch nicht! Deine Mutter hadert auch auf dem Boden! So Monkey, Sepp! Geh mal weg da! Oh der fickt mich jetzt richtig hart! Scheiße! Wo bin ich eigentlich? Oh, ich bin vieler! Komm James! Wir machen das! Was ist das für ein Arschloch-Spiel, ja? Ich fahr in den Looping rein, mit 100 HP, komm aus dem Looping raus, hab noch 49 und bevor ich in die nächste Kurve reinkomme, bin ich tot! Ja? What the fuck, Alter! Da ist halt so ein Typ, der spawnt und ich denk mir so geil, komm dann benutzt du den als Bande! Kann ich nicht! Ja? Fahr voll durch den Durchwoll, nämlich Ghost, fahr gegen die Wand und verlieren mit irgendwie 60 kmh oder so! 18 Leben und sterbe! Boah, Alter! Was passiert hier? Ich mach mir gerade, ich kämpfe gerade eben so ein geiles Duell gegen den Sepp-Typen da! Boah! Gott! Ich seh's! Nee! Rammes, geh weg! Oh, lol! Jay hat Konkurrenz bekommen! Nee, 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 nee! Ich muss den Monkey wegficken! Oh, fahr doch mal! Hi, James! Oh, dich mach ich, Junge! Oh, der fahrt wieder parallel in den Looping! Wie gerade auch, fast! Oh, shit! Wer war das denn? Oh, shit! Fah! Oh, kacke! Oh, kacke! Fah! Ja! Ja! Platz 3! Ich hab ihn besiegt, den Affen! Yes! Oh, war das ein gutes Rennen! Du bist ernsthaft schneller, wenn du bei dem Looping abbremst! Und durch diese Schlitzschutz! Ha! Yo! Da hab ich noch gar nicht drauf geachtet! Geil! Oh, der Monkey! Die war richtig gut! Die Zepp hat sich noch richtig abgesch- Der ist ja richtig abgekackt! Ich wurde einmal im Looping gebummt! Das war gut! Ram, fand's auch geil! Aber Spaß! Ja, wenn ihr euch gefallen habt, ihr Wichser da draußen, die Schadenfreude empfinden! Ja, dann lasst jetzt noch ein Like da! Ich weiß, ihr habt doch so alle gelacht, als ich durch den Typen durchgefahren bin, mich selber vernichtet habe! Ja! So, wenn ich den Cut richtig sehe, gab's die Szene wahrscheinlich auch zweimal zu sehen und sogar noch ein schwarzes Weißhaus mit hübscher Blüche Musik und währenddessen und Gelächter oder so'n Scheiß! Ach komm, verpiss dich, Alter! Alles! Bist du denn schon wieder? Tschüss! Letzter oder? Tschüss! Tschüss!